schwörtchen und panda gmbh war es glaube ich war das nicht der private nee das war der der ich musste nämlich auch erstmal überlegen bin dann aber reingegangen bei den ersten den wir zusammen gespielt hatten den hatten wir dann ja wieder gelöscht dann hatten wir den privaten und dann hatten wir aber vor dem großen stream und dann hatten wir einmal hier den anderen ich muss meine cam noch mal neu machen ich liebe es ja wir spielen 18 wir spielen wir spielen 18 wieder nicht ja das war der mit speichereichel gebärfreudiger becher angefangen haben alleine zu spielen und dann die anderen dazu kam danach also danach haben wir auf den anderen gewechselt da doch ja im einstellen i love it immer noch das echt zur not kann ich das bei jungen überwinden willst du es partout nicht gehen will das gar nicht mehr bei welchen aufgaben waren wir denn wir müssen uns einfach zu und werden anschließend jetzt schon warm ich habe ich habe ja noch nicht mal angefangen haben wir denn es sind überall nie warte ich weiß gar nicht mehr ja ein verwerf und fahrer zu weisen ja stimmt schon muss stimmen besser geht nicht hauptsache man sieht mein headset das ist auch kein erdgas bus ausschließlich erdgas bus hier ist erdgas bus ich muss jetzt mal ob es hier weg machen weil sonst kriege ich ein rappel wenn ich alles dreifach sehe ein rappel entschuldigung heimasoda oh schön ich sterbe ich habe ich ja auch einmal offen das gute ist ich sehe halt nicht ob die cam dann noch funktioniert ja gut naja ist mir egal bisher sehe ich dich das ist gut schön dass du mich stalkst hehehe ja das muss sein hm musst du mal gucken wie ich das am besten anstelle ach ja ja komm machen wir kinomodus let's go die stream kommt ja jetzt unerwartet echt was unerwartet unerwartet es wundert mich dass bei mir noch leute ein abo haben dass es doch nicht abgelaufen ist ich wollte mir eventuell nebenbei deinem stream noch aufmachen damit ich sehe was du für scheiße baust das musst du nicht sehen doch doch na na hier sofort auf mein chat wieder ein ohne momento so hallo teufelsweib hi ja ich bin nach jahrzehnten auch mal wieder online oh ja gut ach ja das war das war der grund weswegen du mich beim letzten mal angemeckert hast weil wir uns in Zeiten jetzt ganz plötzlich leiten können die Äh, 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 äh. Was? Ja, guuuuut! Gute Frage, kommt das ja. Keine Ahnung. Immer so nur, keine Ahnung. Danke, Hybrid. Danke. Hm. Hm. Schön. Schön. Ja, also, ich fahr das gebärfreudige, das gebärfreudige Bäckchen. Hm, trochelig. Der Wichs spricht Bände. Ähm, du weißt, dass wir noch, ähm, das Wölfchen brauchen, ja? Ja, ja. Wir merken uns die Namen vor. Gut. Was fahr ich denn? Was ist denn hier schön lang? Komm, ich nehm M. Ich nehm einfach M. Wieso fahr, Junge? Puh. Ach, das waren die, die ich auch nicht ganz bestimmt dekoriert habe. Aber das kommt noch. Wir haben ja nicht mal... Wir haben gar nichts. Wir haben ja nicht mal einen Gelenkbus. Du kannst die nur ewig fahren. Doch, ich kann das. Äh, muss die nur irgendwas einstellen? Rundfahrt machen wir mal an. Ach so, ja, Rundfahrt ist sowieso an. Na, bei mir war Loop an. Echt? Mhm. Bei mir war, bei mir war an. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ach so fahr ich, okay. Ach so fahr ich. Ach so fahr ich. Ach so fahr ich. Ach, da sind die Blinker. Ja, die brauche ich heute so nicht. Aber Blinker muss ich mir mal aufgucken. Okay. Ich bin gespannt, wer mehr Geld von uns einnimmt. Da brauchst du nicht... Ach ja, ich muss das Bier öffnen, warte. Oh nein. Nein, das hat sich geploppt. Was kann ich eigentlich? Wir haben keine Fahrkarten. Ich geb dann einfach mal zu viel Geld raus. Fängt ja schon gut an. Nein, hab ich nicht. Ja, ja, klar. Das sagen wohl alle. Danke. Oh. Ich hab nichts gesagt. Sogar mit Ankündigungen. Ja, aber es wurde doch eher zuvoll. Aber... Er passt. Ja, denken wir. Denken wir, Heiwitz. Denken wir. Nein, das Röllchen. Das wichtigste ist, dass wir... Ja, wir brauchen beides. Nee, das ist ja nicht mehr lustig dann. Doch klar. Ich sterbe. Und wir brauchen, äh, äh... Reldin. Wir brauchen unbedingt einen Freiren. Ach, sind schon alle drin? Oh, das hat sie gemeint. Also, ich soll Leute umfahren, ne? Was? Was? Leute soll ich umfahren, ja? Es wäre schlecht, wenn wir uns noch einen Bus kaufen wollen. Ach. Alles. Alles Hosen und Jacken. Okay. Jacke wie Hose? Egal. Ich warte schon auf, dass ich den ersten Unfall baue. Der Bus wackelt schon. Aber ich schwank'e noch. Ich schwank'e noch. Oh, mein Name. Huch. Ja, im Kreise gibt es besonders viel Geld, was man zahlen muss, wenn ich irgendwo gegenpallere. Oh nein, stimmt. Oh nein. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, oh, oh. Oh nein. Ich bin doch nicht mal losgefahren, weißt du. Was? Das geilste, dass ich seiner Gesichtslastung finde ich find's geil. Ich find's einfach so geil. Toll! Schön! Also, Prost, Leute, ne? Ich hoffe, ihr habt auch Alarmbier. Leg weit! Nein! Oh, bremmst du! ein lieber süßer bus ich sehe die fragezeichen in deinem gesicht wo ist das ich habe ich als das ist gut dass das ist mein würfchen nein ja einfach m nein einfach ja nein oh warum würde denn so viel wieder haben das verkack ich doch wieder ne ich hab's ja richtig hingekriegt geil ach was bin ich für eine geile socke warum freust du dich denn so ich habe einfach zu viel zwiebeln gegessen heute das steigt nur auf dem magen ich brauche ganz 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 schnell ich habe ihnen meine frage wobei denn hier weg zu kommen vergiss es ne oh nein oh nein oh ja oh scheiße warte wie geht die tür nochmal auf mit tasten hallo hallo schlechte halbeposition nein weil sie nicht fährt hallo 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 Oh du hast so'n schönes, breites Kreuz. Na komm, das ist Kuschel. Boah. Steht da ernst? Von der Seite sieht das echt etwas creepy aus. Na gar nicht. Und wie? Ich bin gegen ein Schild geknallt. Warte mal. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Oh, oh Mensch. Ich hab' ihn nicht umgefahren. Du hast nicht sofort rüber geguckt. Unterstützt drei Bildschirme? Ich hab' keine drei Bildschirme. Es tut mir leid. Wie? Du hast keine drei Bildschirme? Neee. Gut, ich auch nicht. Also Hano 2. Ich auch. Ich hatte gestern probiert, mein fucking iPad als dritten Bildschirm ranzumachen, weil's mich in Final so abfuckt, jedes Mal rauszutappen. Zu googeln. Alter, und das war so ein Stress. Ich hab' ja bei Apple eigentlich extra so'n Programm dafür, ne? Extra dafür Hochkohle hingeblättert. Und jetzt funktioniert's nicht mal. Hm, nett. I love it. I love it. I love it. Ja, so ist doch geil. Auch. Auf Windows funktioniert's halt einfach gefühlt gar nicht. Obwohl's auch hier extra, ähm, das Software gibt. Aber sie sagt einfach so, nö, die läuft irgendwo im Hintergrund, irgendwo. Ich seh' sie nur irgendwie gar nicht. Nur im Passmanager. Das ist... Ja, gut. Ich mach' mal weiter, ne? Ähm... Ja. Es ist merkwürdig, wollt' ich sagen. Es hat keiner gesehen. 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 Und dann da von Leuten haben. Was hatnicht für sie schon viele Unlocker? Du Shine Shower, ne mehr, dich nicht mehr ... Mir Day episode. Mir ist nö, der Louverinat." Ehm, der Fl procese hat tan des shuk- HAHAHAHA". Warum lachst du denn so? benchwürdigin ... Baumwürdiginigkeit? Ja, das Россiosianien. Das war gut, hat auch gel transc euxant! Wo Edgert? Weil die Fl Сергiein macht! cuzcke Quietsche generiert. Häh? Ich hab' de л, lachst du gered! He? Ja.. Ich fahr ja schon auf Plus, ist ja gut. Weißt du, ich muss hier immer den vernünftigen Stream machen, weißt du, und du? Ich kann da nicht... Warte, wo sehe ich das nochmal? Ach, ich bin noch im Plus, also alles gut. Noch. Ach, das ist gerade mal die erste Fahrt. Ja. Geht doch noch zurück, vergisst das nicht. Ja. Die zwei, drei Rollstuhlfahrer, die noch kommen. Ähm. Ähm. Ein Bier getrunken. Genau mal so. Genau. Aber okay. Warum sind hier so viele Menschen? Was wollen die alle? Warum läuft das Spiel so kacke bei mir heute? Soll der nicht? Ich weiß auch nicht. Bei mir war es doch kacke beim Start. Da wolltest du irgendwie nicht. Tschüss. Nee, bei mir ist das jetzt immer noch nicht so wirklich, aber ich stell mir gleich was runter. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nein, wir... Oh, das ist auch immer wieder faszinierend. Eine Fahrkarte, Freunde. Eine Fahrkarte, Freunde. Ach, mein Engel. Ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Gucken wir nochmal in die Einstellungen. Irgendwie. Tag. Janda. Hm. Ich brauche eine Fahrkarte. Warum wollen die denn eine Fahrkarte haben? Was ist denn hier los? Ja, aber es ist doch gut. Ja, aber das ist Geld, was ich wieder zum Fenster rauswerfe. Hier ist die Fahrkarte. Klar. Hier. Hier, bitte. Was? Oh, du recht hast, ne? Wie oft wollen sie... Was? Na klar. Hier. Aber vielleicht fahre ich ab jetzt einfach richtig super. Oh, okay. Was? Was hast du versetzt denn? Was hast du? Glaubst du nicht daran, dass ich super fahre? Ich fand nur den Witz sehr gut. Hey, lange nicht gesehen. Oh. Der Witz ist gut gewesen. Das war kein Witz. Das war ernst gemeint. Ja, genau. Damals, das war als... Oh, 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 okay. Echt? Das war... Das war ernst. Warum glaubt mir das denn niemand? Ich wünsch dir was. Waaah. Ah. 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 Alles gut. Ist passiert. Tatsächlich sogar nicht. Einfach alle fünfmal anquatschen, irgendwann wird's schon gehen. Na, da war ein Schwarzfahrer, natürlich. Ja, irgendwie... Verstehe ich das nicht. Ich wüsste nicht mehr, woran es liegt. Ist das überhaupt der richtige Punkt? Hm. Das letzte. Ich hab nichts anders als das letzte Mal. Ue. 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 Sagt man das? Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas dann... Ich hab aber keinen Bock, das Spiel jetzt nur zu starten. Nein. Niche? Neee, also eigentlich nicht so. Da hätte ich jetzt wenig Bock drauf. Am besten wärs wie beim letzten Mal, die ewig langen Strecke. Ue. Und mein Stream kackt dreimal ab. Beziehungsweise mein Internet. Und man muss dreimal von vorn anfangen. Weil alles abgekackt ist. wie geht die rampel noch mal glaube ich ja stimmt danke ich trinke sogar extra für dich das bier ich hätte mir noch ein zweites stimmt ich kann mir noch ein zweites vorhin foto zu was nichts gehört was nicht das geringste gehört die alte wieder saufen nein versteckt das bier was magst du eh nicht warum steigt er nicht ein hätte die rampe doch draußen ach der will nicht ich glaube der wartet auf dich ich glaube der wartet auf dich der wartet auf dich ne der ist ja nicht eingestiegen guck doch nach die rampe überhaupt draußen ist du musst gedrückt halten ja die war doch eben draußen da sie ist doch draußen der will nicht der will einfach nicht beziehungsweise geht die rampe eh wieder zurück ne die rampe ist draußen der will nicht hm der will wahrscheinlich bei dir mitfahren ne ich vergesse die mir ist mir was die wissen halt dass ich sie nicht vergesse ne dass die man sie bei mir mitfahren ey ich vergesse sie auch nicht an der haltestelle ne aber im bus ja und es ist immer noch besser das ist auch nicht mehr besser natürlich es ist ja wenigstens im trocknen wie man so noch vorhin gesagt hat schlimmer wärs wenn ich äh die äh ne und so man kann sich das auch schön reden ja aber danke für den rusesaut und die 25 bits sieh dir den ganzen abfall an der straße an warum führend man sich die leute nicht mal um ihren müll miau 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 ja warum sind hier so viele menschen kommt mir das nur so frau das ist mein ton sehr leise weiß ich nicht aber das gefühl hab ich teilweise auch aber der ausschlag bei mir ist ganz normal hey ich hab bei mir irgendwie das gefühl dass die stimmen verdammt leise sind die sind bei mir irgendwie voll laut aber ich hab irgendwie das gefühl man hört das spiel nicht ach komm ich geb euch die musik die ist schön du gibst es uns jetzt richtig die sind ja immer noch nicht fertig mit einsteigen ich hab hier ja kontrolloiroi ich in der zeit du was h bevor ich wieder mecker kriege was tut's du da was tut's du da ich tanze zu der tollen musik na klar Ich weiß jetzt nicht, wenn ich hier schon alles kontrolliert habe. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Oh, es ist ja dick. Ob mein Bus voll ist? Nein. Da gibt noch was. Die Omas und Opas können noch stehen. Einer geht noch rein. Vielleicht noch zwei. Einer geht noch rein. Vielleicht noch zwei. Nee, das wird eng. Der wird eng, der ganze Gang ist doch frei. Nein, der ist voll. Siehst du, die unsichtbaren Leute nicht? Na gut. Erlebnis. Und DamdamTV, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen bei den Samtpfoten. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Ich hoffe, du weißt noch, was du dich hier gerade einlässt. Ja, das ist schön. So Leute, geht's dir mal? Klar, ich hupe und dann bleib stehen oder was? Okay, ich krieg da halt Dauerhupe. Ist auch in Ordnung. Du, ähm, ne? Du, ähm, ne? Was denn? Ach Junge, ich stand doch gerade. Nein, ich fahre. Wer bremsst, verliert. Ich sehe das nur auf dem zweiten Bildschirm, was sie da macht, ne? Oh, okay. Du witzel. Ich habe Angst. Wieso, ist doch nichts passiert. Noch nicht. Boah, das ist doch schon ein Unfall. Ich habe sogar schon zwei Unfälle. Aber nur einen teuren. Miau. 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 Jaaaa. Scheiß auf den erlört, ich habe es jetzt live. Es ist so doof. Es ist so doof. Es ist so doof. Es ist so doof. Oh. Es ist so doof. Wäh, wäh, wäh. Sag mal, schlag doch. Sag ja, wer bremsst, verliert. Nächster Halt, Bootsbauergasse. 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 Ich muss, ich glaube, ich glaube, wir müssen das Spiel gleich nur starten. Ja. Ich dachte, du wolltest nicht nur starten. Ja, aber es leuchtet richtig mies gerade. Ich habe teilweise gefühlt, äh, 3 FPS. Wiedersehen. Jaaaa. Das darf ja eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht warum, tatsächlich. Nee, eigentlich sollte es nicht sein. Eigentlich. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht warum. Weil ich habe nebenbei nichts laufen, was das Spiel beeinträchtigen könnte. Mich wundert es, was bei mir läuft, bei dem, was ich halt laufen habe. Also beim Start dachte ich erst noch so, ok, war ich gewisse Sachen aus, aber ok. Pascht. Vielleicht soll das mal Gas geben, Masuna? Ich gebe Gas. Dank. Töne Faulkarte, bitte. Wer bremst, verliert. Ist schon ein bisschen frech, na? Ich sag's immer wieder, wer bremst, verliert. Ach ja, die Fahrkarten-Dealer sind wieder unterwegs. Wer bremst, bekommt eine geschmiert. Äh, pappla papp. Nicht? Pappla puff. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Äh, dann läuft das jetzt für eure Trax-Simulator besser. Ja gut, das ist nicht schwer, aber, ne. Ui, oh, oh, ich bin schon wieder falsch abgebogen. Oh, 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 oh. Guck, wenn du sagst, dass du das grad nicht siehst. Tja, dann brechen die jetzt halt in der Bude ein, beziehungsweise können einfach reingehen. Und sie ausruhen. Was denn? Ist alles gut gegangen. Die Laterne. Die Laterne stand da halt blöd. Was stellt die sich da auch so doof hin? Hey, ich bin immerhin bei 9000. Masuna, Alter, du bist so blöde. Und erst minus drei. Du bist so blöde, ey. Kannst du nicht auf rein? Ich muss gleich mal nicht schmieren. Alter, Alter, was sind das für Menschenmassen? Ich hasse Menschen. Was wollt ihr von mir? Zu Busfahren? Ne, ist nichts mit Busfahren. Geht zum Fuß. Das ist gesünder. Alter. Alter, die Menschenmassen. Ey, der drängt den einfach richtig weg. Der will doch nur in meinen Bus. Der wurde richtig weggedrängt. Ey, dadurch können wir jetzt Einnahmen verloren. Das wird er nicht mehr. Der fühlt sich jetzt gemobbt. Jetzt geht er mit. Ne, ich laufe. Aber was das für ein Kulk ist? Soll ich den mitnehmen? Nein. Na komm schon. Warum denn nicht? Ich sag mal so, wenn du einen Menschen mitnimmst, musst du eine Fahrt extra fahren. Und das so lange, bis halt das Minus von den Menschen wieder raus ist. Wenn du dann wieder mitnimmst, musst du noch eine fahren. Fuck Jesus. Das ist doch mal ein guter Deal. Ne, vergiss es. Ich find den super. Ich find den super. Ich bring dich dazu, dass du Menschen überfährst. Ich? Nein. Das war schwierig. Ich brauch dich nur in einen Gelenkbus setzen. Das ist ganz gemein. Aber, aber, da muss, da überfahre ich sie ja auch nicht. Das ist ja das Spiel, was da meint, so, ja, ich lass dich mal twerken. Ich lass dich mal abheben. Ja, dann sterben die Menschen, weil der Hinterteil deines Busses und überdacht links und rechts dringelt. Das ist halt so unnormal. Ich fand den gut. Komm, lass uns den Gelenkbus fahren, haben sie gesagt. Ja, das wird spaßig haben, wie gesagt. Der Gelenkbus ist auch geil. Ich konnte ihn fahren. Er hat bei mir zwar auch getwerkt, aber ich konnte ihn fahren. Jetzt fahr ich nicht, danke. Nein. Da kannst du ja mit mir mitfahren. Dann sollte es ja eigentlich gehen. Wenn du bei mir mitfährst, beziehungsweise du dann fährst. Also so rein theoretisch. Oh, Bodenwelle, Bodenwelle. Toll, trotzdem. So schnell. Egal. Du musst unter 30 sein. Bei unter 30 ist es normal. Okay. Und die über 30? Was? Und die über 30? Ja, das sind Jungspunde. Die können wir so schnell fahren. Bin ich auf der falschen Seite? Nee, ich bin doch nicht auf der falschen Seite. Das wäre wohl keiner mitfahren. Warum das denn nicht? Wissen die nicht, wie toll mein Bus ist? Was denn? Das ist der Partybus. Der schmorkt aber nicht. Nee, aber hier ist der Menschen. Oh! Wortwörtlicher. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ah, schön. Ist deine Kamera eingefroren? Das kann sein, ja. Ich mach die gleich aus. Ich seh nur, dass sich dein Kopf eigentlich mal weiter bewegt und denk so, was? Ja, ich weiß halt nicht warum. Ja, ich weiß halt nicht warum. Ich mach die gleich aus. Ganz weit weg von den Menschen fahren. Ganz weit weg von den Menschen. Ja, da gibt's halt keine Cam. Heute ist ja auch egal. Ich vermisste eh niemanden, da muss ich das auch nicht offen haben, so. Ich find dein Gesichtsausdruck ist so geil dazu. Ja, aber es funktioniert ja nicht, bringt mir ja nix. Ja, leider. Kein Bock jetzt irgendwie alle fünf Minuten die Scheiße neu einzustellen. Nix. Ja, nee, du, da hab ich jetzt nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Das geh ich gar nicht. Das geh ich gar nicht. Oder kann ich auch das hier zu machen. Ey, ich stand! Ich stand! Ich stand! Die ist nämlich reingelaufen! Ja, ja. Ich stand! Na klar. Das kann man sich angucken, ich stand, ich hab schon gebremst. Mhm. Ich hab gebremst. Ich werd gleich wieder als Dieb bezeichnet. Wieso? Wer hat Sachen die Passarier? Pa-pa-pa-passarier? Passarier? Ja, es wurde abgefärbt von jemanden, der kann das... Ich stand! Ich stand schon! Ich hab gebremst und stand! Kann ich doch nicht so viel, wenn die Alte mich reinrennt. Aber wie stirbt man, wenn man einfach gegen den Bus rennt? Du, ähm... Na gut, wenn du dabei eine Gehirnerschaltung kalitten hast, während sie gegen den Bus gerannt ist. Was? Es war einfach ein Selbstmordopfer. Genau. Das war ich? Was? Was? Ihn. Ach, die... 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 Die paar Minus-Scheinchen... Ich geh auf der Rückfahrt bestimmt wieder rein. 40.000? Nö, 28. Wieso? Ey, das hast du zwei Mal schon mitgenommen. Ja. Das sind einmal 20... Ja, ey, also es waren 40 insgesamt auf jeden Fall. Ja, aber... Ich... Ich... Ich muss nur 28. Nur noch. Ja, siehst du, das klingt doch locker wieder rein. Wenn ihr nicht noch ein Mittel müsst. Wenn sich nicht noch einer vor den Bus wirft, meinst du? Ja, aber... Kann ich dir jetzt nicht versprechen. Doch. Nee, weil ich dir nicht versprechen kann, ob ich mich davor werfe oder nicht. Nee, du kannst dich ja nicht davor werfen. Du sitzt ja schon in deinem Bus. Kannst dich ja nicht verdoppeln. Oder? Also wenn ja, dann hätte ich gerne eine Ausgabe von dir bei mir. Von der Masse her? Bestimmt. So, ich könnte mich bestimmt teilen, könnte trotzdem noch überleben. Das klingt jetzt ganz seltsam, aber okay. Wow, meine Sounds funktionieren nicht. Nice. I love it. SinnBabe und habe ich ihnen gehört? Was okay, das jetzt was? Achso. Irgendwie ist heute der Wurm drin, hä? Nein, das funktioniert gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ihn schon gezeigt. Danke, Slayer. Danke, aus deinem Avo. Und hi! Danke schön. Und wir kommen weiter bei den Königs-P smells? Sie wirft sich mit dem Bus vor deinen... Meint Masuna gerade. Ja, ja, natürlich meint er Masuna. Wer auch sonst? Wer auch sonst? Hybrid vielleicht? Kommt auch auf so komische Ideen. Nee. Gerne doch. Die laufen alle durch die Auto. So glitschend durch. Da. Wie die Lehmenge. Wie geht das? Wie geht das? Gebt das große Tabletten. Das ist so. Gebt der Frau eure Tabletten. Ah, schön, schön. Ich hab's nicht. Ich hab ein Video über was. Natürlich hast du das. Na klar. Natürlich. So, fährt die Piss-Snake mal, oder? Jetzt hör doch mal auf, mich zu beleidigen. Durch du? Oder fährst du ein lila Auto? Ja. Was? Fährst du einen Bus? Dieses Game, Alter. Ja, was ist das, wenn ich lila? Du bist im Bus Simulator doch so super. Versteh dich gar nicht. Das läuft bei mir noch nicht so gut irgendwie heute. Generell, aber völlig irgendwie gar nichts. Ich hab auch voll vergessen, einfach meinen fucking Stream einzurichten. Ich saß hier so und hab halt Final Fantasy noch gespielt. Hast du ja mitbekommen? Ich saß hier so und dann guck ich immer so auf sie. Oh ja, du solltest eventuell mal, wenn du streamen möchtest, den Stream vorbereiten. Und jetzt funktioniert halt nichts. Also gefragt hab ich dich früh genug. Ja, aber ich hab vorhin nochmal gepennt. So und... Wir haben halt einen Wecker gestellt für, ich glaub, spätestens 18 Uhr oder so. Oh, du bist nur noch 0,1 hier. Ja, ich seh dich. Hallo. Oh nein. Hallo. Oh nein. Ich bin ganz hinter der Nähe. Ob ich einen Umweg fahre? Ich muss hier weg, Leute. Mach schneller. Nein, ich fahr keinen Umweg. Krieg ich mir nur wieder Ärger. So, wie sich das gehört, ne? So, wie sich das gehört. So, alle in den Bus des Todes. Oh, meine Asi-Freundin. Du laufst immer noch. Man spielt mir das doch nicht ein. Ich hab hier teilweise 10 FPS. Junge, was ist hier los? Ja, jetzt sehe ich es gerade bei dir auch. Junge. Aber ich verstehe das nicht. Ja, ich muss die Route jetzt aber so noch zu Ende fahren, weil sonst muss ich nochmal neu anfangen. Das wollen wir ja nicht. Nee, dann muss ich die Trackie auch nochmal neu fahren. Nee. Doch. Einfach der Host. Ja, aber... Aus, aus, ne? Gruppenzwang und so. Gruppenzwang? Alles für die Pandas und alles für den Club. Gott. Was denn? Lass mich. Klar, lass sie doch. Immer. Ah, schön, schön. Missleoxi, hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend dir. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Was ich vergessen habe? Was denn? Den Command zu aktivieren. Beziehungsweise hier diesen Timer-Dings da. Mit deinem Link. Ah! Ja, danke. Dito. Warte mal. Das lässt sich ganz schnell ändern. Warte. Da. Ein Klick. Zack. Ja, ich... Musste erst auf die Zelle gehen. Ich wusste... Ohne Witz. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich wollte... Das ist mir gerade eingefallen. Als ich oben bei den Fotos war, wusste ich noch, okay, warte, ich muss das gleich noch bei Stream-Elements einstellen. Bevor ich es vergesse. Auch als ich hier unten war, wusste ich es noch. Dann habe ich das Spiel beendet, das eine. Und ich wusste es nicht mehr. Und ich habe erst mal überlegt, habe ich jetzt alles? Ist alles soweit fertig? Hau ab Fliege. Und dann dachte ich so, ja, komm, das passt alles. Und dann, oh. Ja, gut. Eine Fahrkarte. Ja, gut. Das kann man ja mal vergessen. Ist ja noch nicht so lange. Ich sehe mal die Zeit, ich glaube, gar nicht lange nicht streamen, naja, egal. Bei mir sind schon, oh Gott, schon 80 Stunden und 11 Minuten. Heidewitzka. Achso, sind ja schon alle dran. Da hat jemand Müll bei mir liegen lassen. Oh, ich habe die dritte Tür aufgemacht. Ja, meine Fahrkarte, okay. Was, jetzt habe ich, ich habe generell aber gerade nur 26, 27 FPS. Was ist da los? Was ist da los? Gute Frage. Oh, ein Schwarz-Ara bei dir. Bei mir sind gerade ganz viele. Wundert mich, sonst habe ich selten welche. Das stimmt, sonst habe ich die Male. Ja, ich weiß gar nicht. Warte, wie viele habe ich jetzt? Äh, da wird mir nur vier angezeigt. Aber eigentlich hatte ich mehr. Ich hatte eigentlich schon mehr Schwarzfahrer. Wo kommen wir uns entgegen? Oh, 0,1 Kilometer. Sie kriegt da gleich jetzt von Orgasmus. Ja, ja. Hi. Hi. Äh, Leute. Hi. Da braucht jemand Hilfe. Ruft bitte an. Bitte ruft an. Hallo. 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 Oh nein, sie rennt schon. Nein. Nein. Hey. Nein! Ist mir egal ob der jetzt mal hinten stehen bleibt Der unterrückt Nasi! Sie hat mich nicht mehr lieb Sie hat mich nicht mehr lieb Das ist so super doof Könnt ihr die Firma in Fanda GmbH und Flaschenkaki umbenennen? Nein! WTF? Warum denn Flaschen? Kannst du bitte auch um die Pandas zu beleidigen? Was soll denn das? Wir haben ja nichts getan Und vor allem wo bleiben die Katzen? Das sind die Flaschen wahrscheinlich Ja wahrscheinlich! Nee! Die Flaschenkatzen Oder die Katzenflaschen Ey du hast doch so eine Katzenflasche Ach nee ey dieses Game Hab ich? Ja hier diese Weinflasche Ach NIE! Die hab ich schon komplett vergessen Aber ja eine hab ich davon noch Ja schön dass ich das weiß und du nicht Ja ich hab schon komplett vergessen Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Fliege wenn du jetzt nicht gleich abhaust ne? Dann gibt's Tote Nope! Danke Eine Fahrkarte Ein PF Von Fötchen Ah Ja gut so kann man's auch auflegen Was haben die eigentlich heute alle mit ihren orangefarbenen Hosen? Ist doch furchtbar Läuft das jetzt besser im Vollbild? Nee noch schlechter als vorher Okay Oh Oh ich hab was nochmal Oh jetzt kriege ich's Ich müsste zurück Das ist schlecht Ich hasse dieses Spiel Aber auch nur in diesem Moment Mhm Mhm